Hallo zu diesem weiteren Video aus der Serie So ähnlich im Abi gesehen, diesmal aus dem Gebiet der Stochastik. Man hat für eine binomial verteilte Zufallsgröße irgendeinen Berechnungsansatz gegeben und man soll jetzt eine passende Aufgabenstellung dazu formulieren. Übrigens, weitere Videos aus der Abi-Videoserie und ein Arbeitsplatz zum Downloaden findest du unter diesem Link hier. Die Aufgabe, mit der wir es zu tun haben, ist ein häufig vorkommender Aufgabentyp. Wir wissen, dass wir es mit einer binomial verteilten Zufallsgröße zu tun haben. Von der kennen wir nur die Trefferwahrscheinlichkeit 0,1, aber nicht die Länge der Bernoulli-Kette. Und wir haben jetzt hier einen Berechnungsansatz gegeben, in der als einzige unbekannte n auftritt. Also scheint es schon mal um die Berechnung eines Wertes für n zu gehen, für den diese Bedingung hier erfüllt ist. Und wir sollen jetzt eben halt eine passende Aufgabenstellung formulieren, die mit dieser Mathematisierung dieser Aufgabenstellung kompatibel ist. Schauen wir uns jetzt mal an, wie dieser Berechnungsansatz zusammengesetzt ist. Wir wissen, dass die Trefferwahrscheinlichkeit für unser Bernoulli-Experiment 0,1 ist. In unserem Berechnungsansatz kommt jetzt aber die Gegenwahrscheinlichkeit 0,9 vor, was ja der Wahrscheinlichkeit für eine Niete entspricht. Das heißt doch, dass dieser Term hier, 0,9 hoch n, der Wahrscheinlichkeit entspricht, dass ausschließlich Nieten auftreten. Ausschließlich deswegen, weil unser Bernoulli-Experiment wird ja n mal durchgeführt und wir haben n mal eine Niete. Bis zu diesem Moment betrachten wir den Zufallsversuch aus der Sicht der Nieten. Aber unsere binomial verteilte Zufallsgröße x zählt ja per Definition nicht die Nieten, sondern die Erfolge, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 pro Durchlauf auftreten. Wenn wir die Betrachtungsweise umdrehen und uns die Erfolge angucken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausschließlich Nieten auftreten, doch identisch mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass keine Erfolge auftreten. Das heißt, wir können diesen Ansatz hier auch so schreiben. Das ist erstmal 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass Groß-X gleich 0 Erfolge auftreten. Und das alles soll kleiner als 0,3 sein. Jetzt haben wir diese Wahrscheinlichkeit hier wieder umgemünzt in eine Wahrscheinlichkeit, in der unsere Zufallsvariable x vorkommt, die ja nur die Erfolge zählt. Insgesamt steht auf der linken Seite aber hier 1 minus p von x gleich 0. Das heißt, insgesamt steht auf der linken Seite doch das Gegenereignis von x gleich 0. Und das Gegenereignis dafür, dass keine Treffer auftreten, ist doch, dass mindestens ein Treffer auftritt. Also p von x größer gleich 1. Und das soll kleiner als 0,3 sein. Jetzt haben wir durch diese Betrachtung diese Ansatzgleichung zurückentwickelt in eine Gleichung, für die wir eine passende Aufgabenstellung formulieren können. Wir suchen ein n, für das diese Bedingung erfüllt ist. Mit anderen Worten, die zugrunde liegende Aufgabenstellung lautet, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Treffer erzielt wird, soll höchstens 0,3 betragen. Bestimme die möglichen Werte für n, die diese Bedingung erfüllen. Und dieses n würden wir dann natürlich über diese Ungleichung hier ausrechnen. Mit der Herleitung der Aufgabenstellung ist die Aufgabe eigentlich erfüllt, aber jetzt als Zusatzaufgabe, wo wir auch den Taschenrechner verwenden dürfen, dürfen wir jetzt diese Aufgabe noch lösen und den entsprechenden n-Wert bestimmen. Wie würden wir das jetzt machen? Wir würden jetzt hier diesen Term mit n, also die Potenz, auf einer Seite isolieren, indem wir auf beiden Seiten plus 0,9 hoch n addieren. Dann erhalten wir 1 kleiner 0,3 plus 0,9 hoch n. Dann bringen wir diese 0,3 mit Vorzeichenwechsel nach links, indem wir auf beiden Seiten 0,3 subtrahieren. Dann steht hier 1 minus 0,3, das ist 0,7 kleiner als 0,9 hoch n. Das ist ja jetzt eine Exponentialgleichung, weil unsere Variable steht hier im Exponenten. Und sowas können wir natürlich lösen, indem wir logarithmieren, indem wir zum Beispiel den ln benutzen auf beiden Seiten. Dann haben wir ln von 0,7 ist kleiner als der ln von 0,9 hoch n. Und jetzt dürfen wir dieses Logarithmusgesetz verwenden, wo der Exponent innerhalb eines Logarithmus hier nach vorne kommt. Das heißt, wir haben hier ln 0,7 ist kleiner als n mal ln von 0,9. Um nach n aufzulösen, müssen wir natürlich jetzt teilen durch ln von 0,9. Aber Achtung, wir haben es ja hier mit einer Ungleichung zu tun. Und wenn wir auf beiden Seiten mit einem Wert teilen, der kleiner 0 ist, und der Logarithmus von 0,9 ist ja kleiner 0, dann müssen wir dieses Ungleichheitszeichen umdrehen. Das heißt, aus kleiner wird größer. Und dann auf der rechten Seite steht unser n. Und auf der linken Seite steht ln 0,7 geteilt durch ln 0,9. Und diesen Quotienten hier können wir natürlich jetzt mit dem Taschenrechner ausrechnen. Das ergibt als Nährungswert 3,39. Und hier steht 3,39 soll größer n sein. Was ja umgekehrt bedeutet, dass n kleiner ist als 3,39. Was ja im Kontext mit unserer Aufgabenstellung bedeutet, dass diese Bedingung, um die es hier oben geht, bis zu einem n von 3 erfüllt ist. Die Anzahl der Durchläufe muss ja eine natürliche Zahl sein. Also n kann immer nur n gleich 1, 2, 3 und so weiter annehmen. So, ich hoffe, dir ist klar geworden, wie es geht. Wie gesagt, zu dieser Aufgabe gibt es auch ein Arbeitsblatt. Wenn du noch allen Videos suchst, die schon Arbeitsblätter haben, dann gib in der YouTube-Suche Hashtag M13Skript ein. Dann findest du alle Videos und folge dann den Links in diesem Video, um zu den PDFs zu gelangen. Danke fürs Zuschauen. Abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Besuche auch meine Webseite, mathehoch13.de und Instagram. Und wenn du kannst, unterstütze meinen Kanal auf patreon.com, damit ich auch in Zukunft Videos produzieren kann. Fragen und Anregungen? Immer rein damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und vielleicht sind die Videos im Abspann auch was für dich. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin.